Lieber mit Reis oder lieber mit Brot? Ich persönlich habe keine Vorzüge. Bermi ist ein sehr umstrittenes Gericht. Entweder liebt man es sehr oder man hasst es sehr. Wie ist eure Meinung zu Bermi? Ich habe etwas Öl in einem Topf gegeben und schwitze darin eine fein gehackte Zwiebel. Dazu gab ich mein Fleisch und bratete es für 5 Minuten. Mit etwas mehr als 1 Liter Wasser ließ ich das Fleisch kochen, bis eine weiße Schicht entstanden ist. Diese habe ich entfernt und das Fleisch mit einem halben Stilöffel Schwarzpfeffer, halben Stilöffel Weißpfeffer, halben Stilöffel Korianderpulver, halben Stilöffel Ingwerpulver, halben Stilöffel Kadamonpulver und 2 Annischsternchen Gewürz und für 30 Minuten kochen lassen. In einer Pfanne gab ich etwas Öl und bratete darin meine noch gefrorene Bermi. Das ist wichtig, ansonsten wird unsere Bermi schwarz. Als das Eis geschmolzen war, fügte ich noch 3 Knoblauchzehen dazu und brät es bis die Bermi gegart ist. In der Zwischenzeit dürfte das Fleisch schon durchgegart sein. Davon habe ich die Annischsternchen entfernt und gab die gebratene Bermi, 2 Teelöffel Salz, 500 Milliliter Tomatensauce und 1 Esslöffel Tomatenmark dazu. Die Hauptkomponenten dieses Gerichts sind nach der Bermi Koriander und Knoblauch. Deshalb gab ich in einer Pfanne etwas Öl, darin spitzte ich 3 Knoblauchzehen, sowie ein Viertel Bund Koriander und gab diese mit in den Topf. Der ganze Inhalt des Topfes muss jetzt zusammen kochen, bis alles miteinander harmoniert und der Wasserstand abnimmt. Der letzte Schritt besteht darin, das alles zusammen für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen auf höchster Temperatur zu backen.